Ah, ich krieg den noch! Das wird diesmal spannend und diesmal lass ich mich nicht von irgendeiner Brücke runterschubsen. Kev, ich werd dich noch abschießen heute, ich werd dich noch abschießen. Bist du hinter mir? Nee, knapp. Ah, ich bin auf den Blowstone gekommen! Da, ich seh dich aber, da vorne bist du, du bist der mit den Flammen aus dem Auspuff. Oh, oh. Okay. Oh! Joll! Wie darf ich denn da geholt? Ich hab die falsche nicht so geboostet. Heyho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Turbocard Racers. Zusammen mit Kev, hallo! Hallöchen ihr Lieben, ihr seid auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wir haben schon eine Folge dieses fantastischen Spielmodi gespielt und uns hat es einfach gepackt. Das ist wirklich diese Multiplayer-Spaß-Action. Und wir mussten noch mal, wir wollten hier unbedingt mal auf Platz 1. Wir wollen beide mal gleichzeitig auf das Treppchen und ja, deswegen spielen wir heute mal hier. So ist es. Es ist die ganze Zeit ein extrem spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Deswegen schaut definitiv bei beiden vorbei, also euch bei beiden das Video an. Das lohnt sich. Ohne Witz. Es lohnt sich. Komm, ich krieg dich! Okay, warte mal. Ich hupe erstmal. Das ist so geil, die Hupe. Es geht los! Jetzt geht's los bei mir. Bing, 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 bing! Wow! Oh Gott, die Karte kennen wir noch gar nicht, oder? Ne, das sind alles neue Karten, die kennen wir nicht. Oh! Oh, ich hab was bekommen! Nein! Ich hab so viele getroffen! Alter! Warst du das gerade? Ja, Mann! Du hast irgendwie vier Leute oder fünf Leute auf einmal getroffen. Ja, ich bin erster! Ne! Ich bin dritter, hä? Was? Nein! Ich wurde getroffen schon wieder, das kann nicht wahr sein. Banane hab ich ne... Ich hab ne... Alter! Oh shit, hier gibt es zwei Wege! Ich bin neunter, ich bin neunter einfach. Oh shit, hier gibt es zwei Wege, man muss echt aufpassen. Alter, das ist gefährlich! Wow! Also ich glaub, hier muss man tatsächlich das ein oder andere Mal diesen Dings da drücken, diesen Drift-Button, weil man kann ja auch driften. Wow! Oh! Ja, aber was ist das denn hier? Alter, jetzt hackt die aber grad ein bisschen. Okay, jetzt wird's aufgehört. Die Karte ist ja voll verrückt. Alter, die ist ja richtig verrückt! Ich komm gar nicht drauf klar irgendwie, ich bin auch nur 8 da. Alter, ich komm auch nicht drauf klar. Also ich bin zwar dritter, aber... Bei mir hängt das auch gefühlt ein wenig, aber nur manchmal. Hä, wo seid ihr alle hin? Ich hab mich hier voll verfahren. Also es hängt hier wirklich ab und zu die ganze Zeit so ein bisschen. Ich hab mich voll verfahren. Wo geht's denn hin? Hilfe! Ich hab keine Ahnung, ich voll kann einfach so ein bisschen in der Menge. Ich denk mir schon, die kennen sich da aus. Okay, zweite Runde bin ich jetzt. Uiuiuiuiui! Uiuiuiui! Das ist das passende Stichwort. Ich bin auch in der zweiten. Ah, du bist vor mir! What the... Holy crap! Jetzt nicht mehr. Das ist komisch. Also man kann hier wirklich irgendwie shiften, ich weiß gar nicht. Also... Aber das... Ich hab den Sinn noch nicht verstanden vom Driften. Oh, ihr habt drei Pilze gekriegt? Ach, der Levelbalken gibt auch die Geschwindigkeit an, ne? Der Levelbalken sagt dir, wie schnell du bist. 60? Okay. Ich bin grad bei 130, Alter. Ich... Diese eine... Ich bin der Erste! Boah! Ich hab das denn geschafft! Ja, korrekt! Hol dir den... Das Siegertreppchen. Uiuiuiuiuiuiui! Alter, ist das hier eng! Ah! Kurz vorm Bus! Ich falle runter! Ah! Ich bin im Schleim gelandet! Ja, ich bin im Schleim! Ich hab verloren! Du bist wieder vor mir! Du bist vor mir! Hey, ich bin im Schleim gelandet! Ja, macht er nix! Was hab ich jetzt gefunden? Ich! Ich komm hier nicht raus! Hilfe! Hilfe! Haha! Ohne Witze, der hat mich da, wo man über so eine Brücke springen muss. Welcher Platz bist du? Ich... Ich kann nicht mehr weiterfahren! Ich häng hier unten im Boden fest! Ah! Ah! Hilfe! Du bist Platz 9, oder wie? Ja, ich... Ich werd letzter sein! Ich kann nicht mehr fahren! Und ich bin Platz 4! Ja, 3! Ja, Kev hat halt... Du hast wunderbar hier Platz gemacht! Ah! Leute, guck mal das an! Was ist das hier? Ich hänge hier! Ich kann nur noch hupen! Oder du wärst gleich irgendwie freigeschossen! Oh Gott! Ne, ich kann ja nichts machen! Alter, ich hab hier... Oh, war das knapp! Komm, den holen wir uns mal! Leute! Es gibt ja auch kein Item, was dich respawnt oder so! Ich bin in der Brücke runtergefallen! Lol! Machen wir die Runde nochmal neu, Gomme! Moment, Moment! Ich bin noch mit dabei! Bei mir geht's gerade um Platz 1 hier! Was? Du bist vorne! Ja, ich bin vorne! Ja, jetzt gerade hier sind ganz viele vorne! Ich bin glaube ich genau an deiner Stelle von vorhin! Ich folge auch allen so ein wenig hier! Oh weia! Oh weia! Oh weia! Der Ehrgeiz, der packt einen dann ja doch! Da! Oh Gott! Oh Gott! Ich könnte es schaffen irgendwie! Oh nein! Oh nein! Jetzt erstmal den Boost! Nein! Die Banane! Die doofe Banane! Ich hab die Kurve nicht gekriegt! Jetzt komm schon! Gib mir nen Boost! Jawoll! 130 und noch nen Boost! Okay! Alter, was? Oh, Platz 3! Ich hänge hier so eklig fest! Kerf ich bin Platz 3 geworden! Herzlichen Glückwunsch! Aber was kann ich tun? Ohne Witz! Ich bin... Es gibt ja diese Sprungbretter, wo man über die Brücke springt! Ja! Und man kann da ja nicht runterfallen! Aber der hat mich genau in der Mitte, wo ich in der Luft war, getroffen! Dann bin ich exakt nach unten gefallen! Unter die Brücken! Und da sind so viele Blöcke, damit das optisch halt gut aussieht! Dass ich mich da gar nicht bewegen kann! Holololololol! Sag ich dazu nur nie! Da wäre bestimmt irgendwie mal ein Reset-Befehl oder so sinnvoll! Wenn es den vielleicht... Vielleicht gibt es den irgendwie sogar! Keine Ahnung! Der wäre eigentlich da gewesen! Und war dient da oben! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Da Kef! Ich will hier unterstützen! So Leute! Wir sind wieder da! Nächste Runde auf einer neuen Map! Direkt... Kef! Wo bist du denn? Ich seh dich noch nicht! Ich bin ganz hinten rechts! Ja, ich bin neben dir! Ich bin Platz 8! Siehst du? Dass ich hinten Flamme habe? Ja, seh ich! Ich hab ihn geboostet! Gib ihm! Gib ihm! Ich dräng dich ab zur Seite! Kann man andere Leute eigentlich wegschubsen? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht! Das wäre auch zu geil! Wieso? Drückst du Sprint, ne? Ne! Oh ne! Ja man! Ich wurde richtig getroffen! Ich merke die ganze Zeit Bananen! Es kommt geil! Jetzt kommen meine Bananen hier! Zack! What the fuck! Alter ich hänge fest! Oh! Ich hänge gerade erstmal richtig wieder fest! Man muss echt aufpassen hier mit den Kurven! Dass man da nicht in den Blöcken! Man muss echt mega aufpassen! So die Karte, die kenne ich auch noch gar nicht so! Gar nicht! Wir kennen die Karten alle noch nicht! Yo! Aber ich bin zweiter Platz! Holy crap! Ich bin zweiter! Bist du erst da vorne? Ah! Ich weiß es nicht! Ich bin zweiter und... Oh Gott! Eine Banane hat mich getroffen! Altrobelli! Immer diese Bananen auf dieser Strecke! Jaaaah! Ich krieg den noch! Lass mich diesmal sparen! Und diesmal lass ich mich nicht von irgendeiner Brücke runterschubsen! Hä? Ich werd dich noch abschießen heute! Ich werd dich noch abschießen! Bist du hinter mir? Ne! Ah! Ich bin auf den Braustown gekommen! Nein! Ich seh dich aber! Da vorne bist du! Du bist der mit den Flammen aus dem Auspuff! Oh oh! Oh! Ah! Wann hab ich den Daimler holt! Ich hab die ganze Richtung gepostet! Wann hab ich den Daimler holt! Was machst du das etwa gerade? Yes! Oh mein Arm juckt so sehr! Ich bin aufgeregt! Platz 3 bin ich! Oh shit! Aber du bist doch genau vor mir! Komm! Ich krieg dich! Woah! Das sieht ja auch krass aus! Ich seh dich! Ich bin exakt hinter dir! Ich pack dich sowas von! Ja komm doch ran! Ich hab ne Waffe für dich! Düm! 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 Die Musik! Ich feier die einfach! Düm! 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 Ich hab einen erwischt! Ich hab den hinter dir erwischt! Ich bin Platz 2! Alter ich könnte Platz 1 schaffen! Ah! Ich bin schon wieder unten gelandet! Hä? Wie schon wieder? Was war das denn? Ist das ne Abkürzung? LAP 2! LAP 2! Hä? Ich wurde zurückgeschleudert! Ich bin irgendwo runtergefallen! Hä? Holy Crap! Was ist da los? Oh die Bananen schon wieder! Nein die Bananen die bremsen mich voll aus hier! Ja man! Hä? Ich wurde so zurückgeschleudert! Ich hab keine Ahnung wo ich runtergefallen bin! Das ist gerade ein Kopfhrein Kopfhren bei mir Kev! Aber du... Du lebst noch! Du bist noch mit dabei! Ich seh dich! Ich bin relativ nah hinter dir! Das ist hier... Alter ich war... Nur wegen der Banane bin ich nicht mehr vorne! Doch jetzt bin ich erster! Du bist erster? Ich bin erster ja man! What the fuck! Okay okay okay! Boost! Ich hab nen Boost bekommen! Yes! Ich bin erster! Nein nicht schon wieder! Ich hab ein Schwert! Oh hier sind die Bananen in der Kurve! Die hab ich gelegt! Das war ein Fehler! Buhl! Hau doch bitte ab! Oh Gott! Alter! Komme ich krieg nicht! Ich krieg nicht komme! Ich hab ne Banane dir hingelegt! Wow! Zwei Bananen! Ne eine! Verdammter Fiesling! Und ein Stück TNT! Ich bin aber Zweiter! Oh Gott! Ja man! Ich hab den falschen Weg gewählt! Nein! Das lag an dem Weg den ich genutzt habe! Ich bin vor dir! Komme! Ich bin vor dir bei mir! Ich bin so einen Millimeter vor dir! Oh Gott! Alter! Yes! Nein! Ja! Das war ich! Nein! Die gute alte Rache! Bist du das da vor mir? Bist du das da vor mir? Ne! Du bist... Ich bin hinter dir! Bananen Action! Ich bin andersrum gefahren! Shit! Ich glaube ich muss den längeren Weg nehmen! Nein! Eine Banane! Ich bin voll in eine Banane rein! Nein! Geiße! Das warst du gerade oder? Er ist am Start! Er ist der Zweite! Leute man kann die anderen schlagen! Was? Ich konnte gerade eins schlagen! Ich glaube das war ein Fail! Ne ne ne! Man kann die echt schlagen! Bist du gerade in die Luft geflogen? Ja! Mann ey! Ich war so knapp davor den ersten zu überholen! Ah Mist! Alter! Die Banane gehört ihm hier! Oh Gott! Ich fahre hier voll in die Bananen! Uhuhuhuhu! Es ist sau gefährlich! Aber ich habe jetzt etwas... Nein! Ich bin irgendwo reingefahren wo ich nicht gesehen habe was das war! Oh Mann! Ich hätte Platz 1 werden können! Na gut! Noch ist alles offen hier! Da vorne sehe ich dich! Kev! Oh! Ich habe eine richtig schöne Waffe für dich! Möchtest du mit dir mal was schönes gönnen? Ah! Ich bin meine eigene Banane gefahren! Ich habe dich abgeballert! Nein! Ja! Nein! Das war mein Schuss gerade! Der Komma hat mich gekriegt und hier ist schon das Ziel! Komm! Zieh! Zieh! Nein! Ich krieg dich noch! Gib mir den Boost den ich brauche! Ich habe dir noch eine Banane hingelegt! Ich hoffe die gefallen dir! Und noch ein Stück TNT! Da ist jemand in meinen TNT rein! Oh Gott! Ich war es nicht! Und nochmal Bananen! Nein! Bist du in die Banane rein? Bist du gerade in Banane rein? Ja! Das war meine! Yes! Okay jetzt habe ich den Platz sicher! Oh Gott! Direkt hinter mir ist hier jemand! TNT! Du hast den Platz nicht sicher! Du brauchst nur noch einen Pilz! Nein! Ich bin... Was? Wie konntest du mich denn treffen? Ich bin in Banane rein! Ich bin in Banane rein! Yes! Okay! Den Booster habe ich genutzt! Okay! Noch eine Waffe! Ich bin so kurz vorm Ziel glaube ich! Ah! Habe ich es geschafft? Ne! Noch nicht! Jetzt aber! Yes! Nein! Zweiter! Nein! Vierter! Ich bin runtergefallen kurz vorm Ziel! Ich hatte es noch gekriegt! Da ist der Kiff! Der kleine Kiff! Hol dir den Trostpreis hier oben ab! Ich sag mal so! Zweiter Platz! Wo ist der Trostpreis? Ja! Hahaha! Ich kann weglaufen! Ciao! Und ich komme auf mein Siegertrappchen! Warte! Ja man! Zweiter! Das mit so... Alter ist das ein lustiges Spiel! Ich würde sogar sagen kommen! Wir sagen aller guten Dinge sind drei! Lass uns noch eine... Ich habe eine Trophäe bekommen! Guck mal was ich in der Hand halte! Ja! Wo? Ich halte eine Trophäe in der Hand! Ach da oben! Alter wie geil! Zweiter steht da sogar drauf! Leute wir machen noch eine dritte Runde denn wie sagt man aller guten Dinge sind drei! Wir sehen uns an einem kurzen Cut in der dritten Runde! Ich bin so geil dass man hupen kann! Ich bin rechts neben dir! Okay! Auf geht's sag ich nur! Gib ihm! Nein! Ich bin gegen die Wand! Bin ich ein Fehler alter! Ja man! Wir müssen komm mal ausstechen! Ich bin voll gegen die Wand! Wenn ich das jetzt noch reiße hier ne! Dann ich... Ah shit! Okay! Ich habe den falschen Weg glaube ich genommen oder? Also so einen schlechten Start wie jetzt gerade eben hatte ich noch nie! Schlechter geht es auch glaube ich gar nicht! Ich bin erstmal voll gegen die Wand! Oh shit! Ich habe einen Feuerball! Der rettet natürlich! Ich habe welche getroffen! Aber alter du bist irgendwo komisch gefahren! Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht! Nee ich bin auch Platz 5! Überholt? Nee irgendwelche Leute überholen mich aber die sehe ich gar nicht! Wow! Ach wir waren irgendwo in der Luft! Wir sind runter gefahren! Spezialweg hatten wir! Du bist hinter mir! Ah Mist! Nicht getroffen! Du müsstest hinter mir sein oder? Kann sein! Ich nutze hier irgendwelche geheimen Wege! Okay! Ich bin... Zweiter? Wie kann ich denn Zweiter sein? Zack! Ja! Nein! Jetzt habe ich mich selber hier ausgebremst! Nein! Nein! Oh Gott alter! Oh Gott! Ich bin Zweiter! Wie kann ich denn Zweiter sein? Wie fahrt ihr denn? Ich bin dann am Anfang voll gegen die Wand gefahren! Alter ich bin auch... Ey! Auf einmal F5 Modus gewechselt! Das ist das Problem! Man verliert manchmal diesen F5 Modus! Ja ne? Ich habe mich immer gefragt bin ich! Das ist manchmal so unterbewusst der da rauf klickt aber... Da blickt man gar nicht mehr durch alter! Der ist auch immer so... Wow! Ich bin genau hinter dir alter! Du kriegst gleich deine Packung! Ne ich warte schon mit meinen Sachen auf dich! Irgendwie bin ich voll langsam! Ich werde gar nicht mehr schneller! Was? Ich habe doch einen roten geschickt! Wie kann es sein, dass du den nicht gekriegt hast? Ne es war ein grüner! Ne es war ein roter! Es war ein roter Feuerball! Zack! Das war meiner! Und das war ein grüner Kev! Ähm... Was bringt der rote? Ich verstehe das nicht! Ich glaube der verfolgt doch eigentlich die Spieler oder? Eigentlich schon aber irgendwie... Ah! Hat jemand eine übelste... Ah das war TNT war das? Ah das ist gefährlich alter! Die Leute sind ja echt hart am machen ne? Oh nein! Die falsche Strecke! Ich bin die falsche Strecke gefahren! Ich bin... Lol! Ich war gerade noch kurzzeitig erster! Wie geht das denn? Ich habe dich zur Seite gestoßen! Oh Kev ne? Das kann nicht... Ich bin jetzt siebter! Ich war erster! Ich weiß! Ich habe mich sowas von hart zur Seite gestoßen! Ich war erster! Jetzt bin ich fünfter hier! Das kann doch nicht wahr sein! Nur weil ich einmal falsch abgewogen bin! Wie viele Fehler mir passieren! Das ist halt ein schnelles Spiel! Ich bin zweiter! Oh ich habe richtig! Komm schon! Ich brauche mal wieder ein paar Items! Ich bekomme ja irgendwie kaum noch Items! Ich bin zweiter! Also diesen Typen! Den könnte ich packen! Zack! Ja! Erster! Erster! Es ist wahr! Komme! Der Traum! Oh Gott! Ist das hier eng! Und der F5, wo ist es wieder weg? Es ist möglich! Nein! Ey! Es ist möglich! Ich bin Erster ohne Witz! Komme! Nein! Ich hole dich noch! Ich hole dich noch! Er hat mich erwischt mit einem roten! Da vorne bist du! Nein! So sieht man sich wieder! Kev! So sieht man sich wieder! Jetzt habe ich hier drei Bananen geworfen! Ist halt ein schnelles Spiel! Jetzt bist du vierter! Alter Scheiße! Das gibt es doch nicht! Wirklich ein schnelles Spiel! Ja man! Ich erwische euch alle! Passt du das gerade mit den Schneebellen? Ja! Ich hatte nämlich auch welche! Oh! Warte mal! Ich bin gleich Erster! Ja man! Ich bremse nicht abkomme! Hä? Womit das denn? Schneebellen! Dann bremst man doch ab! Nee! Ich glaube damit kann man jemanden nur... Ich habe auch noch welche! Ja! Ich habe einen getroffen in Schneebellen! Sauber! 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 bei dem Berg auffärst! Das ist erstmal aufgefallen! Wie langsam mon aggrav aufwärst du. Ja! Und da der Boost haut richtig rein! Alter der haut richtig rein! Oh shit! Oh SCHIT! Es wird was! Ich brauche da was gutes! ся! Ich habe kein Nidchen bekommen! Oh Gott ich fahre voll in die Banane! Diese blödeen Bananenschalen! Die sind doch... Da werde ich auch schon abgeschossen von hinten! Das ist der wahnsinn hier! Da kommt gleich. was! Alter ich habe es gleich! Nein eine rotte! Ich bin immer noch plT4. Ich möchte Platz 3 werden. Kommt schon. Aber ich bin immer noch Erster. Wie fahre ich denn? Oh, ich habe 5 Feuerbälle. Ja, Mann. Ich bin Erster mit Abstand. Ich kann es schaffen. Komm, der Traum wird wahr. Oh Gott. Der Traum. Er wird wahr. Ich bin auf E gekommen, weil ich auf L5 wechseln wollte. Aber egal, ich habe den noch bekommen, der mich überholt hat. So, Platz 5 bin ich. Das ist ja hier richtig Sport. Okay, jetzt habe ich ein Schwert. Warum? Er wird doch nicht wahr, Gomme. Warum? Zweiter? Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch Erster. Aber ich wurde gerade zweimal in die Luft geschleudert. Ich überrunde gleich den letzten. Gewonnen. Nee, Mann. Ich bin Erster geworden. Nein, ich bin Siebter. Es hatte noch keiner von uns den goldenen Pokal in der Hand. Hier, Leute. Es ist so geil. Ich wollte schon sagen, diese Runde... Diese Runde wollte nicht ganz so bei mir. Ich bin in echt viele fetten Näpfchen rein. Boah, da hinten steht der Komme. Wir stehen hier vorn. Jetzt sind wir gleich das Siegertreppchen. Guck dir meinen dicken goldenen Pokal jetzt gleich bitte an. Wie bist du jetzt Erster geworden, Orvi? Ähm, ja, Erster geworden. Guck, ich habe eine Schampusflasche in der Hand. Als ob... Schampuschen und den Ersten. Guck dir das an. Schampuschen, das ist der Erste. Hahaha, wie geil. Warte, mach mal... Hahaha. Schampuschen. Guck mal runter, guck mal runter. Schampuschen. Hahaha, wie geil. Oh, Mann. Das Spiel macht so unglaublich Spaß. Schaut definitiv auch bei Gommel vorbei, denn ganz wichtig bei diesem Spielmodus ist, wir beide haben solche Kopf-an-Kopf-Rädern-Aktionen. Das heißt, ihr müsst wirklich beides sehen, um den ganzen Spaß nachvollziehen zu können. Deswegen einfach da vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Ja. Auf jeden Fall. Sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Gommel und ich wollen ein bisschen mehr PvP und so aufnehmen. Das heißt, bleibt da definitiv aktiv. Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bleibt geil. Haut rein. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschö, bündü.